Breakout Rathom Shades Boah, bin ich nervös, nervös Hey Christoph, ich hab dir erzählt vor dem Date Und, oh, ich weiß nicht man Seh ich eigentlich gut aus jetzt? Kann ich so gehen? Geil! Geil! Wirklich? Geil! Geil! Endlich hab ich das nächste Level geschafft! Jo Leute, was gehts? Das ist kein richtig typischer Breakout Video Wir haben gestern Christian 25 gefeiert Chris kannst du weiter mit aufhören Und, ah! Nein Boah, du stinkst Wollen wir zusammen duschen? Und, ah! Wir sauren, boah! Mach'n schnaxeln mir, Spotze! Döner ist okay, Döner ist gut Ist nicht okay, Digga! Es gibt gar kein Kompromiss zwischen Döner und Kördelwurst Willst du mich verarschen? Digga, ich will dich nicht verarschen Ich weiß, wie ein Döner aussieht, ich bin Türke Du kannst dir nichts erzählen mit Döner Kördelwurst, Kördelwurst Ja, ich sag nur, Kördelwurst ist geiler als... Ach Digga, du hast keine Ahnung Ja, ich wollte meinen Buben besuchen Und dann hab ich mir gedacht, dann führ ich gleich nochmal seinen Kater Aber den hab ich nicht gefunden Weißt du, wo der ist? Ähm, was für ein Kater? Wir haben hier keinen Kater Den hab ich ihm vor fünf Jahren geschenkt Nee, wir haben hier keinen Kater Er hat auch keinen Kater hier in die Wohnung gebracht Glaubst du dir wohl selber nicht, wo soll der sonst abgeblieben sein? Hast du ihn gefressen, oder? Ähm, nein, ich hab eine Katzenallergie Ähm, wer ist denn das jetzt? Hallo? Hi, hier ist Tom, ist Christa? Nein, der ist in Urlaub Fuck, Mann Ey, er soll das Geld überweisen für die Nutten, die er hier hatte Die wohnen jetzt sozusagen hier, bis das Geld nicht da ist Die machen aus meinem Scheiß... Wohnzimmer... So eine Art Zwinger-Bodell-Club Das ist Kacke, ich kann nicht schlafen Hör selber hin Er soll einfach nur die Scheißkohl überweisen, Mann Äh, nein, Chris, ich werd sie nicht danach fragen Nein Vergiss es Ähm, Jungs, äh, vertickt ihr auch dope? Bro, glaubst du nur, weil wir schwarz sind, verticken wir shit? Natürlich verticken wir shit, Bro, zeig ihm unseren Schild Yeah Und, wie läuft die Musik? Dicke, psst Verwähne mich bitte nicht in Verbindung mit Musik Dicke, was soll Du bist ja, du machst die geilste Musik überhaupt noch Okay So, endlich mal Ich hoffe mal, jetzt krieg ich mal hier was So, Ladies, kurz erstmal die Hose Oh, ich kann immer noch nicht schlafen Oh, sieh, ich kann immer noch nicht schlafen Jetzt hat es die ganze Zeit an das Mädel von Letztens denken Weißt du, sie hat so schöne Augen Und wir haben so viel getanzt, wir haben so viel rumgeknutscht Und ich hab... Jetzt, ich hab ihn gar nicht, ich hab ihn gar nicht, ich hab ihn gar nicht Nein, warum jetzt? Genau wo ich fast am Endboss bin Fuck, 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 wo ist der verdammte Lichter? Wo ist der Schumkasten? Hey? Wo ist die Mitte? Hey, äh, äh, das krieg ich nicht noch, Alter Chrisku, findest du mein Outfit? Gut, gut, sieht gut aus Kannst ja aber hier gleich knicknackt, kannst gleich veressen Wie meine? Hier, Fickenbumsenblasen, das ganze Programm Äh, ne, ne, ähm Können sie sich ruhig sein, wird nicht passieren heute Ich hab nämlich keine Lust, dass meine Eckekinder aufwäsche Pokémon-Namen tragen, sowas wie Pikachu oder Ling Ling oder sowas Ja? Okay... Pika! Es ist zu! Es ist zu, der Schlüssel steckt bestimmt von innen, guck mal Nein, hier ist kein Schlüssel! Ja, hier ist kein Schlüssel, hat er gesagt Hast du einen? Was, wieso soll ich den Schlüssel haben? Willst du es wieder an mir in die Schuhe schieben? Nein, aber... Jedes Mal bin ich schuld, ich wusste es Jedes Mal bin was für ein... Nein, darum geht's doch gar nicht Aber ich weiß, ich bin da in der Besenkammer und auch über Kekse singt und du hast meistens den Schilder für die verwegte Besenkammer, weil du immer Kekse klausst und dich halt nicht lässt Ich hasse es hier! Hey, du musst ja nicht... und jetzt? Ich kümmere mich drum, Steve Ich kümmere mich drum Hallo! Ähm, ich hoffe mal, du hast die Tür hinter dir zugemacht Ähm... Digga, wir wohnen hier im Itaka-Viertel, du kannst die Tür nicht hier nicht offen lassen Alter, ich wusste es nicht genau Ach du Scheiße, ey! Nein, nein, ey! So eine geile Sache, Alter! Alter! Ey Leute, was soll das? Ey, Stranzo, halt die Klappe Rübegens! Ich bin der Atom! Ich will nur GTA 5 weiterzocken Möchten Sie etwa keinen Jenny Dillian Menzel 2000 bestellen? Nein! Sorry, hier, die Karte Sag mal, willst du mich verarschen? Ähm, warum denn? Es ist 13 Uhr, hast du schon auf die Uhr geschaut? Und ich soll Alkohol trinken, ne? Ich muss doch nie was zu dir noch arbeiten Ähm, okay, ähm... Ja, ein Komplik ist zu meinem Gesicht Ich werde zu dem Fall gehen Ja, ich komme ein Bittl am Gehegetan Ganz schön warm hier drinnen Sag mal, stürzt dich, wenn ich meine Jacke ausziehe? Nö, nö, kein Problem So... Jetzt muss ich mir aber auch sagen Wie du mein neues Oberteil findest Püüüüüüü� ARD Text im Auftrag von Funk